Ganz ehrlich, das will ich nicht auf dem Grill sehen. Wenn du Vegetarier oder Veganer bist, dann verpiss dich vom Grillen. Wenn gegrillt wird, wird gegrillt, dann kommt Fleisch auf den Grill und dann wird Fleisch gegessen. Wenn du Vegetarier und Veganer bist, kannst du halt nicht mitmachen. Das ist halt einer der Nachteile, wenn man Veganer ist. Du kannst nicht bei allem mitmachen. Das war's für mich. General Kenobi, years ago, you served my father in the Clone Wars. Now he begs you to help him in his struggle against the Empire. I have information vital to the survival. This is our most desperate hour. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Come here, boy! Musik Das war's für heute. 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 I jumped out of a helicopter yesterday into the ocean and had a shark fight. What kind of a shark? Was it like a... Hey Todd, I can't really talk right now. I'm on my way to a volcano. What the... What the... What the...